Hey Leute, Kevin hier. Vor kurzem habe ich ein Video veröffentlicht, wo ich unter anderem auch eine Geschichte hier aus Peru geteilt habe, die wohl ziemlich viele, inklusive mir, ziemlich emotional berührt haben. Und ja, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich habe dir das auch unten in der Beschreibung verlinkt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich aufgrund des Videos so viele Kommentare bekommen, ob wir nicht so eine Art Zitat Kevin Soll DFI-Fund einrichten können, wo ihr im Prinzip Geld spenden könnt und wir dann diesen Fund nutzen für irgendwelche wohltätige Zwecke, was meiner Meinung nach einfach richtig, richtig cool ist. Und einfach zeigt, was für tolle Menschen hier in meiner Community sind oder nicht. Ich war auch schon vor zwei Wochen überrascht, als ich ein paar Umfragen mitbekommen habe, dass mehr als 50% meiner Audience entweder monatlich oder ab und zu spendet. Das fand ich schon richtig Hammer. Also folgendes habe ich mir für die Umsetzung überlegt und zwar, dass ich im Prinzip eine separate DFI-Chain-Adresse einrichte und diese Adresse, die mache ich dann im Prinzip öffentlich, also dass da im Prinzip jeder zu jedem Zeitpunkt sieht, wie der Kontostand ist, wie sich das gerade entwickelt, dass auch jeder im Prinzip direkt dort rein spenden kann. Und alles, was dort gespendet wird, das packe ich dann ins Liquidity-Mining, also da können wir uns auch noch abstimmen. Derzeit denke ich wahrscheinlich, DFI und Bitcoin wird da meiner Meinung nach am sinnvollsten sein, aber da können auch gerne andere ihre Ideen reinbringen. So, dann packen wir im Prinzip alles ins Liquidity-Mining und alles, was dann als Rewards rauskommt, das können wir dann benutzen, um tatsächlich einfach Gutes zu tun, sage ich mal. Und dann jedes Mal, wenn einfach eine gewisse Menge angespart wird oder wenn es sich gerade anbietet, dann tun wir entweder einen Teil oder alles davon spenden. Jetzt, was ich cool fände, wäre, wenn im Prinzip die Community, also im Prinzip du selbst entscheiden kannst, wie dieses Geld gespendet wird. Das könnt ihr beispielsweise so sehen, dass ich, wie beispielsweise ich in Peru, irgendeinen so wohltätigen Trip mache und ihr entscheidet, ob für sowas gespendet wird und wenn ja, wie viel. Oder beispielsweise irgendjemand in der Community hat selbst ein wohltätiges Projekt, das momentan finanzielle Hilfe braucht, was wahrscheinlich alle brauchen, aber okay, und ihr entscheidet, ob für dieses Projekt gespendet wird und wenn ja, wie viel. Und genau dafür oder beziehungsweise für die Umsetzung habe ich mir zwei verschiedene Optionen überlegt. Und an der Stelle bitte gut aufpassen, weil du darfst im Prinzip im Endeffekt selbst entscheiden, für welche Optionen wir uns tatsächlich entscheiden. Option A ist, dass wir das Ganze komplett öffentlich machen. Also wie so eine Art, ich sage mal, Community-Projekt. Und jedes Mal, wenn dann irgendwas Wohltägliches geplant ist, mache ich dann einen entsprechenden Beitrag bei YouTube mit einer entsprechenden Abstimmung, wo dann im Prinzip die komplette Audience von mir abstimmen kann, ob gespendet wird und wenn ja, wie viel. Und in dem zu könnte ich dann beispielsweise auch einmal monatlich einen Beitrag machen, wo gezeigt wird beispielsweise, wie viele Spendengelder wir gesammelt haben, wie viel wir in diesem Monat gespendet haben und so weiter. Ich könnte vielleicht auch irgendwelche Bilder hochladen, also im Prinzip zeigen, wo wir wie geholfen haben und in dem Zug natürlich auch jedes Mal darauf aufmerksam machen, dass im Prinzip jeder mitmachen kann, was meiner Meinung nach sicher den einen oder anderen auch mal bewegt, einfach einen Tag seine Rewards beispielsweise zu spenden. So das war Option A. Option B ist im Prinzip so ein Stück weit das Gegenteil, dass wir das im Prinzip nicht komplett alles öffentlich machen, sondern dass wir das eher privat und exklusiv machen. Das würde beispielsweise bedeuten, dass ich eine separate E-Mail-Liste erstelle und jeder, der dann Geld gespendet hat, der trägt sich in diese E-Mail-Liste ein und jedes Mal, wenn dann das Wohltätiges geplant ist, schicke ich im Prinzip eine E-Mail raus, wo ihr dann abstimmen könnt, wie das Geld als ob gespendet wird und wenn ja, wie viel. Das würde wiederum auch bedeuten, dass nur diejenigen abstimmen können, die tatsächlich auch gespendet haben, würde wahrscheinlich aber auch gleichzeitig bedeuten, dass in Summe wahrscheinlich schon ein gutes Stück weniger Spenden zusammenkommen, wenn das Ganze eben mehr privat ist, mehr, ich sag mal, verschlossen und weniger an die Öffentlichkeit geht. Also was meinst du? Option A, das Ganze öffentlich, oder Option B, das Ganze privat und exklusiv? Ich werde genau dazu auch unten einen gepinnten Kommentar machen, wo du dann entsprechend mit A und B abstimmen kannst. Jetzt ich persönlich bin ehrlich mit beiden okay. Wenn ich jetzt allerdings entscheiden müsste, was ich ja nicht tue, aber wenn ich entscheiden müsste, würde ich persönlich wahrscheinlich eher Option A bevorzugen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass je größer mein Kanal wird und je öffentlicher man das Ganze macht, desto mehr kommt da zusammen, desto mehr kann man tatsächlich bewegen. Und sollte das dann mal tatsächlich eine gewisse Größe annehmen, dann fände ich es auch gut, wenn wir das Ganze irgendwie dezentral machen und auf eine Blockchain packen. Also das ist im Prinzip so ein Stück weit unabhängiger von mir selbst. Aber gut, das ist wahrscheinlich mehr so ein Hirngespinst für die Zukunft. Lass uns erstmal den allerersten Bitcoin mit den ganzen Spenden voll machen und dann sehen wir weiter. Also vergesst nicht, Wunden abzustimmen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.